Leute, die Woche ist wieder gelaufen. Es gibt wieder einen Rückblick, wie ihr jetzt ja logischerweise seht. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis dann. Jetzt also hier wieder eine Honda CBX. Die kommt aus der Meininger Gegend. Die hat hier mal so richtige Vergaserprobleme. Und na gut, soll ich da jetzt reinfilmen. Es ist halt so ein Motorrad. Guckt mal, was die einen Kilometer drauf hat. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Okay. Also, Motor haben wir schon abgesenkt. Vergaser sind draußen. Und jetzt sind wir an den Dinger. Ja. Wir haben sie schon mal von außen gereinigt. So weit wie es möglich ist. Die kommen aber noch ins Vergaserbad. Wir wollen erst mal sehen, was da überhaupt los ist. Hier, da drin, sieht es halt auch nicht so schön aus. In den Schimmerkammern. Und da waren auch schon Leute dran gewesen, weil wir haben nämlich hier ein paar vergammelte Schrauben. Aber, wir gehen da jetzt mit Enthusiasmus dran. Okay. Düsen habe ich raus gemacht. Hier liegen sie. Die Hauptdüsen mit Düsenstock und die Lerlaufdüsen, habe ich alles gecheckt, sind frei. Aber, jetzt geht es los. Und da bin ich schon mal drauf eingefallen. Hier, wo die, ähm, na, wo die Schimmernadel drin sind, die kommen wir dann hier rein. Und hinter denen, hinter denen Schrauben, ist, ähm, ist ein Sieb. Guck, es geht los. Seht ihr das? Da ist Dreck drin. Jetzt ist es wieder sauber. Haussauber, aber ich schick dir schon, wenn es dann richtig geht, wenn ein Dreck drin ist. Haussauber. Okay. So. Und da hängt auch Knast. Also, die zwei äußere, rechts und links. Da hängt Knast. Alles klar. Das ist schon mal ein Fehler. Die eine habe ich jetzt erst mal, ob ich es zauber gemacht, damit das ablesen kann. Ich habe es doch gemessen mit meinem Messgerät. Das sind 95er Hauptdüse drin. Alles klar. Das mache ich alles richtig schön zauber. Die Lerlaufdüse messe ich auch noch mal. Die Lerlaufdüse zwischen 60 und 65. Jetzt habe ich die eine blank gemacht. Da steht drauf. 65. Lerlaufdüse, Größe 65. Alles Palladä. Zeichen. Das sind die Alten, ne? Und so sieht das nachher aus, wenn die dann sauber gemacht sind. Das ist ganz wichtig, dass die, dass sie schön glatt sind. Der Jan, der macht jetzt noch schraubesauber von der Vergaser, von der Sechzylinder. Das haben wir soweit auch alles in den Griff. Ich habe schon noch ein paar neue Dichtungen bestellt. Die kommen wahrscheinlich die Woche erst. Aber es geht voran. Alles klar. Das hat dir heute mal super hingehauen. Die Ersatzteile sind da. Yes. Das ist alles da für die Vergaser. Auf geht's in den Kampf. Oh, jetzt sind sie endlich dicht. Die Dinger. Das da nehme ich jetzt noch mal. Eine Scheiße. Hier. Das ist die Leitung. Benzinleitung. Hier. Ja, die Risse sind richtig. Da unten ist jedenfalls der Verteiler von dem Ding. Und da waren die zwei O-Ringe verhärtet. Da hat es leicht rausgetropft. Vergaser. Abgebaut, der eine. Gut. Jetzt geht's. Ich habe hier gerade. Ich lasse das jetzt hier noch hängen. Die Benzinzufuhr. Und behalten sie auch, ob das auch noch mal irgendwas dröppelt. Ich habe nämlich keinen Bock, die Dinger noch mal auszumachen. So, ich filme das jetzt. Es kommt neues Material. Wir brauchen ja ein wenig was für die Kamera. Dann gucken wir mal gleich, was hier abgeht. Steinschatz, gell? Ja. Ja. Beides. Beides. Der mit zwei Beinen und das auch. Achso. Na gut. Simoner lebt auf großem Fuß. War nur ein Witz. Wir machen hier eine andere Schalthebel dran. Ja. Und stellen auch noch anders so ein. Das ist das eine. Dann hier auf der Seite haben wir hier abgerissene Schraube oder wie immer. Das soll mir wie toll machen. Die Ausbruchlage bleibt, haben wir gerade durchgeschwitzt. Da genauso. Da ist es auch irgendwie doof. Da ist das Gewinde kaputt. Gewinde kaputt. Das machen wir auch. Gut. Was hier was wir jetzt noch machen. Auf jeden Fall höher werden, wenn andere Stoßdemper bestellt. Ja. Was haben die Original haben? Die Original haben 32. Ja und die haben 28. Die haben 28. Gut. Ich hätte dann auch gerne, dass man hinten noch eine Gepäckrolle drauf machen kann. Das letzte Mal hat es mir was vom Gepäckträger erzählt. Ja. Auch noch? Ne, ne? Ja, das kommt drauf an, wie lange... Das sieht scheiße aus. Das kommt drauf an, wie lange es jetzt packen wird. Also für mich ist es unseres, wir brauchen Platz, wo hinten eine Gepäckrolle drauf kommt. Gut, 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 dass ich das Video technisch festhalte, ne? Ja, ja. Ja, ganz wichtig. So Louis-Rolle halt. Ja, die Grundvögel kommt auch weg. Das tut man hinten ganz anders, so das Style-Ever-Sack. Wie genau haben wir jetzt auch keinen richtigen Plan. Ja, die meisten stehen da vor und gucken, was ist denn das für ein Motorrad? Stimmt auch wieder. Ja, gut. Du willst nur hier, Leute haben zu schwätzen. Und die Kontrollleuchten können hier eigentlich raus, weil die sind ja dann vorne im Tarot drin. Ja, genau. Und hier drüben, genau. Ähm, Tanksass. Im, im, in der Lampe. In der Lampe, genau. Nee, in der Lampe, nicht im, im, im Tarot. Im Tarot, ja, genau. Ja. Mein Gott, ihr bist im Auto durcheinander. Im Tarot, logisch. Die ganzen Kabel müssen halt dann irgendwie geändert werden. Die müssen geändert werden. Deswegen lasse ich, habe ich hier alle, ich wollte sie erst mal abbauen, habe ich gedacht, Nein, nein, lass, lass. Ich bin da so überhaupt nicht mehr. Was warst du, lass, lass ich sie nur dran. Dankmäßig müssen wir uns Gedanken machen, weil der hat nur 11,5 Liter. Das ist der von der XS 650 SE. Genau. Und ob der von der anderen mehr hat, weiß ich noch nicht. Muss ich mich schlau machen. Aber wir brauchen auf jeden Fall für dieses XS einen anderen Tank. Oder halt irgendwie auf Speise, keine Ahnung. Die Blinker kommen natürlich auch weg. Die Blinker kann weg. Was ich gerne an, das sind natürlich hier die Armaturen. Ja, die sehen ja schlecht aus. Die sind unter, vor allen Dingen, auch die, die, die Schalter und alles. Das funktioniert auch alles. Ja, das sieht gut aus, ja. Die Kupplung geht ein wenig schwer, habe ich schon festgestellt. Die Kupplung geht ein bisschen schwer. Ja, die Kupplung, da wollte ich auch noch mit dir reden. Und zwar habe ich, also die geht relativ schwer. Das liegt aber natürlich anders als ein L-Lange-Zubes. Der jetzt hier rüber rumgeht, hier wieder durchkommt, hier hinten und dann hier reinkommt. Natürlich hast du jetzt noch lange gestanden. Wahrscheinlich hat damit jetzt 6. Ja, also entweder ist der, weil du sagst, das war früher schon so, also schon länger. Ja, entweder ist er scheiße verlegt, weiß ich nicht, sehe ich jetzt so nicht. Oder er ist halt irgendwie vergammelt. Ja, ich nehme an, der wird innen drin, wird er auch nicht wieder frisch. Ja, ich nehme an, der wird innen drin, wird er auch nicht wieder frisch. Ja, ich nehme an. Und heute, die Frau sagt, sie hätte gerne wieder den Weißen, den hätte ich schreiben. Den finde ich cool. Den hätte ich auch gerne drin. Finde ich echt cool. Ja, dann müsste man aber das aufarbeiten, weil da sind so viele Macken und Kram drin. Ja, kann man auch machen. Geht das? Machen wir selbst schön. Gut, dann machen wir das so. Dann lassen wir die hellen. Genau, hin und vorne. Und du musst aber auch aufarbeiten. Ja, gut, kein Thema. Heidenau K60 Reife. Hast du gesagt, ne? K60 Scoutel, wie die heißen. Ja, gut. Übrigens hast du recht gehabt, mit deinem 16 Zoll Hinderrad, hast du die Mail, hatte ich dir nochmal geschrieben. Hast du recht gehabt. Ich labere keinen Scheiß. Nee, hast du gutes Auge. Du hast geilen Zulache hier, ne? Ja, aber gut. Also wenn der macht es freiwillig zuge. Tut dir das eigentlich auf? Ja, gut, ist egal. Den Orden? Ja, wir haben ja kein Geschiss draus. Aber die Hupen, die hört sich scheiße an. Wir haben sie schon mal hupen lassen. Die ist müde. Ja, lass aus, komm auf, das kann keiner hören. Fühler sehen das nicht mehr so lecker aus, dann haben wir ihn unter drauf. Wahrscheinlich K&N. Punkt. Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Da ist eine Schraube drin. Katastrophe. Oh Gott. Katastrophe. Katastrophe. Kawasaki. Stimmt noch. Deckel muss alles sauber gemacht werden. Gesandt strahlt werden. Auspuff grünner. Die Schalter, wo kommen wir vielleicht auch noch drauf? Hier ist schon mal Gesandt strahlt gewesen. Ist aber immer wieder rustig angesetzt. Kann gerade alles nochmal gemacht werden. Eine Katastrophe. Hier fängt der Wahnsinn wieder an. Das geht dem Motorrad. Wie du spielst du in deiner Honda herum? Das typische Lammare. Aha. Ist das ausrichtig hier? Ja. Gut. Mal gucken. Das ist das Projekt vom Rupert. Was soll ich jetzt zeigen? Ah ja, gut. Dirk hat die LSL-Fußhasselhage angebaut. Das ist hier wieder super spezial. Ist ja klar. Könnt ihr euch ja denken. Hier hat er ein extra Halter gemacht. Wegen dem Bremszylinder. Alles klar. Bremskolbe sind in Gold lackiert. Oh, hat sogar schon Druck drauf. Klasse. Gut. Hier vorne sind auch die goldenen Bremszettel drauf. Aber hier oben fehlt noch alles. Alles klar. Der vergammelt Lenker kommt runter. Ich habe eine neue bestellt. Ich hoffe, dass der bald kommt. Gut. Jetzt sind wir hier bei der Fußhasselhage. Das hat er auch geändert. Ein auch geastet. Noch mal ein Stück Halters drauf. Der Sattler hat auch so Arbeit gemacht. Hier nochmal so gucken. Mit dem Sitzbenkel hier. Cool. Robert wollte es einen braun haben. So. Jetzt hat hier erst eine andere Tauch drauf gemacht. Aber Robert wollte unbedingt den haben. Warum, weiß ich nicht. Ist ja auch scheißegal. Geht mich ja nicht an. Er wollte den haben. Das hat er dann halt. Alles paletti. Hier warte ich jetzt noch auf ein paar Teile. Dann geht es hier auch voran. Die Brems oben. Das habe ich hier sauber gemacht. Und wir haben es hier lackiert wieder. Das sieht auch wieder gut aus. Das können wir dann dran machen, wenn der neue Lenker da ist. Dirk ist schon an dem Yamaha XS 650 dran. Wollen wir mal rein gehen jetzt. Das ist aber, äh. Guten Tag, Herr Kommissar. Grüß dich. Grüß dich, Stefan. Dirk, du fängst ja schon an hier. Ja, ich wollte jetzt gleich zu dir kommen, weil ich ein Video mache. Ja, brauche ich. Ja, weil du weißt nämlich gar nichts. Aber hast du alles aus den anderen genommen. Aber hast richtig gemacht. Ja. Nur mal so, ich will dich gar nicht verunsichern. Du hast gesagt, heck, dann kommt das erst mal ab. Genau. Genau. Alles klar. Es geht schon voran. Die ist doch heute Mittag erst gekommen. Ja, und? Bist du wieder gierig oder was? Ja, ich habe Platz. Gleich weiter. Ja, ich habe Platz. Okay. Simone heißt du. Ja, Simone. Guck, so sieht das dann ungefähr aus. Dirk hat ja schon mal hier gerade hingehalten, das Ding. Aber ich glaube, das ist noch zu kurz vorbei. Das wird noch. Pass auf, Dirk. Das ist hier noch Spannung drin. Die will nämlich hier auch noch Gepäckrolle drauf. Und dann hat sie noch geträumt von seitlichen Haltern eventuell. Da müssen wir uns noch richtig hirn, Maxe Lasse. Gehen wir es. Hier, ich mache jetzt erst mal aus. Es wird zu kompliziert. Die YouTuber müssen jetzt nicht alles mitkriegen, was wir jetzt noch besprechen. Das dauert zu lang. Das dauert zu lang. Jedenfalls, die Elektrik ist gemacht. Die Brems habe ich jetzt auch im Lüft. Das ist geil, ne? Die haben nämlich den Hauptbremszylinder. Hier unten sitzen sie, die BMWs. Und dann ist hier oben noch ein Seilzug dabei. Naja, ist gut. Jetzt ist es gut. Da war nämlich kein Druck drauf. Da unten sind die Bremszettel. Alles klar. Elektri-technisch hat der Tristan das hier in die Reihe gebracht. Na gut, jetzt wollen wir da jetzt viele Filme. Den Apparat haben wir dran. Drehzahlmesser geht nicht. Ich glaube, er hat gesagt, er geht nicht anschließend. Weiß ich aber nicht, ob ich das jetzt richtig erzähle. Gut. Tank drauf. Dann geht das jetzt hier. Jetzt komm ich hin und rauf. Und vorne neu. Jede Kiste hat für ihr Geheimnis, ne? So. Also, ich glaube, das ist doch jetzt so schön. Ich werde jetzt nochmal nach der Zündung gucken. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Sitzbank gefechtigt. Den Dirk hat sie schon drauf geschraubt. Das ist nämlich eine Holzsitzbank ungedrungen. Und den Dirk hat sich wieder hier ein Wachselassel, die er das festkriegt. Jetzt wollen wir mal gerade mal vor Hunde reinläufen. Weil Dirk war wieder schnell. Warten wir mal hier gucken. Ja, das sieht man ganz schlecht. Was hast du denn? Hier hinten? Ja, das sieht man aber nicht jetzt. Hast du denn? Läuchte mal vorhin. Warte mal, Dirk, hast du da Gewinde ins Holz geschnitten oder was hast du gemacht? Das ging theoretisch auch. Das hält aber nicht lang. Ich habe da Gewindebuchse reingedrückt. Aha. Ich kann es jetzt schlecht filmen. Da sind Gewindebuchse drin. Und vier Schäubchen. Und die ist bombenfest. Alles klar. Du musst halt nicht so fest anziehen, weil das Holz knackt. Immer schild zu. Ist halt kein Blech, ne? Das ist halt kein Eis. Na gut. Auf jeden Fall. Es geht mit der Bär im Schub dich da jetzt voran. Geprompt hat sie jetzt schon mal. Gut. Hofrunde gibt es auch noch. Auch hier. Sie dampft wie in der alten Dampfmaschine. Das ist schon mal ein Vorteil, dass sie angesprungen ist. Sie geht noch ganz blöd vom Gas runter, also da ist noch ein bisschen Arbeit dran. Elektrik geht, muss ich jetzt nicht vorführen, geht alles. Aber noch ein bisschen Action. Danke, Serge, ohne Dirk von der XS. Hast du sie schon mal so lang vorbereitet? Das habe ich jetzt hier, das hat auch schon die Auflage, hat auch schon den Abstand. Wenn wir hier mit dem ganzen Bock jetzt noch ein bisschen höher kommen, dann hat das wieder so ein bisschen aus. Dann haben wir auch hier Platz mehr. Das ist jetzt nur geheftet alles. Denkt dran, das Mädchen legt ganz großen Wert drauf, dass eine Gepäckrolle hinten drauf kommt. Passt hier schön in die Mulde? Ja, ist richtig. Das ist schon. Und eventuell, da müssen wir aber erst, wenn die Anstoße haben, dann müssen wir noch was bauen, damit sie rechts und links so entschraubbare Gepäckdrecher hat. Ja, und da habe ich mir auch schon was überlegt, weil hier sind ja so schöne Schraube drin, da war mal ein Gepäckdrecher dran. Da können wir denen irgendwie mit irgendwie was machen. Das muss man erst mal sehen. Ja, genau. Aber es geht schon mal ein bisschen voran. Ja. Schön. Glaube ich. Wenn die Simone den Film sieht, der ist im Wohnrückblick und es gefällt dir nicht, du hast sie nur angeheftet. Ja, nur geheftet. Da sollten sie sich sofort melden. Wenn sie Co gibt, dann schweiß ich's zusammen. Gut. Okay. Hast du an? Ja. So, ich habe jetzt hier noch so einen Tank gefunden, der ist von der Honda. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Boudreur ist. Nicht? Ich denke, der wäre Boudreur. Ich weiß nicht genau, aber okay. Könnte gesagt, man weiß auch nicht. Jetzt sind wir so froh. Muss noch ein bisschen geändert werden, alles. Hier die Ecke halt logischerweise weg. Ja, der Poppe sieht ein bisschen hoch, dann sieht das gar nicht schlecht aus. Ja, dann sieht das gar nicht schlecht aus. Gehen wir mit der Kamera so rum, damit man das mal so sieht. Und hier, das Schloss wird halt umgesetzt, dann kommen hier so die Seitendeckel hin. Genau. Ja, das kann man aber erkennen. Alles gut. Ja, die U-Lenker noch drauf und fertig fast. Andere Schutzblech, andere Lenker. Ja gut, das ist jetzt Quatsch. Brauchen wir jetzt nicht. Ja. Das ist mein Freund Dieter, mein alter Kampfgefährder. Weißt du noch, 1994 haben ja angefangen Ducati Rennen zu fahren. Ja. Ja. Und gut, wir haben ja tausend Jahre da miteinander erlebt. Aber du hast jetzt aktuell auch eine Ducati 900 SS. Ja, die habe ich mir letzte Woche zugelegt. Gut, ich bin auch total glücklich. Und ich habe auch eine. Ich tue das hier nur mal so. Du zeigst das erstmal, deine YouTuber, deine Ducati. Und dann tue ich nochmal so ganz kurz eine Fahrblase da mit reinmache, wo ich dann auch... Ich habe ja auch eine. Aber hat nichts mit unserer Rennerei zu tun? Wir haben ja damals nicht gefilmt. Wir haben ja viele Bilder. Da mache ich vielleicht mal einen extra Film. Aber jetzt zeig ich einfach mal so deine neue Ducati. Ne? 900 SS. Und was... Moment. Du fährst jetzt so einen Hightech Motorrad. Ja, 290 Super Adventure. Das ist schon was falsch. Weil die Straßen immer schlechter werden. Ja, okay. Ich halte den Lenker fest. Ja. Dann zeig ich mir die Bilder da. Moment. Das ist die neue Errungenschaft. Ja. Meine ist älter. Meine hat doch einen weißen Rahmen. Meine ist 92. Die ist glaube ich 94. Die ist 94. Richtig. Also das ist jetzt so deine aktuelle neue Schatzruder hast. Ja. Das ist ja alles original, ne? Ja, die sieht aus wie aus dem Blät. Der Kupplungsdeckel ist offen. Ja, den habe ich natürlich... Ja, das hat ja jeder gemacht damals. War das schon oder hast du den Roller geschmissen? Ne, das war so. Ja. Aber ich habe alle Originalteile mit dazu bekommen. Hast du auch noch? Hier, du hast ja bestimmt noch ein paar alte Rennbilder drauf von früher. Ja. Wollen wir mal zurückblättern. Ah! Die Nummer 36 bist du? Richtig. Wo war ich denn? Bin ich schon durch oder? Du bist immer vor mir. Okay. Ja. Ja, damals waren wir noch Hein Geriger Werksfahrer. Ja, genau. Wir waren gesponsert von Hein Geriger. Das war in Kolmar Berg, wie man hier unten noch sieht. Ja. Ja, okay. Da habe ich noch ein Video. Als ich es abgeholt habe, habe ich es mal angeschmissen. Soll ich es mal laufen lassen? Ja, gut. Dann lass es halt mal laufen, damit die... Damit du mal die Trockenküppelung rappeln hörst. Kannst du dich noch erinnern? Wenn wir früher mal an der Ampel standen, wenn die Honda-Fahrer mir irgendwo stehen, haben sie uns gesagt, das ist doch alles kaputt. Da haben wir gesagt, wenn wir Bescheidung machen, siehst du erst mal, wie weit die kaputt ist. Sie hatten ja immer schweren Mitleid mit uns, bis wir dann losgefahren sind. Hahaha. So Leute, jetzt nur mal so. Der Dieter hat nämlich... Ich habe damals schon eine Auspufferlage drauf gehabt, aber du hast die Originale gehabt. Da haben die Krümmer geschliffen auf der Strasse. Ich ziehe das mal größer. Ja. Warte, schön. Ah ja, hier. Sieht man es? Hier, da ging es ja noch. Du hattest ja die Krümmer durch geschliffen. Ja, man sieht auch, wenn man genau guckt, die Fußraste... Die war auch nur noch die Hälfte. Ja. Das hat nicht lange gedauert. Da waren die originalen Anbauteile dreiviertel Zweck. Ja. Und du warst damals in der Zeit noch Student. Du konntest die tangentiale Auspufferlage, wo ich drauf hatte, nicht leisten. Ja, generell... Wir haben das am Anfang angefangen ganz normal, wir halten die Bälle flach. Im zweiten Jahr... Da wurde dann... Der und ich, mir zwei die Bälle flachen. Das hatte nie funktioniert. Das war ja auch. Da wurde dann aufgerüstet, Slicks gefahren. Die ging ja gar nicht auf die Felge drauf. Da mussten wir hier Zauberm beim Montieren. Flachschiebevergaser drauf. Flachschiebe... Der Stefan ist nett. Meinheitsmaße ist da so ausgefallen. Und diese Positionen bei den Rennern waren ja immer schon... Der Harald war ja auch noch dabei. Der kam aber, glaube ich, erst später. Richtig. Es war immer so Platz 4, 5 und 6. Ja. Das war immer so der Einlauf. Und dann muss es getunt werden. Battle of Trins. Ja, Battle of Trins haben wir damals gefahren. Und dann muss sie getunt werden. Ich bin dann ausgeflippt. Genau. Ich bin Student. Leck mich am Arsch. Genau. Wer war's. Das war schon geil. Du bist ausgeflippt. Ich bin ausgestiegen. Ja. Da kann ich mich aber auch noch erinnern. Ich glaube, das war in Kolmar Berg, wo ich nach dem Rennen zusammenbringen wollte. Ja. Hat keine Energie mehr. Nichts. Es war total ausgetrocknet. Es war völlig fertig. Und da hast du mich dann noch im Fahrerlager zu unserem Wohnwagen. Mertesch und Wohnwagen. Da hast du mich dann so gestützt, damit ich da heilig komme. Hingetragen. Hingetragen. Ja. Ich wollte es jetzt nicht so sagen. Und ab dann ging es mit Getränke-Rucksack weiter. Genau. Da habe ich nämlich damals schon einen Getränke-Rucksack gehabt. Das war ja damals noch gar nicht so aktuell. Aber ich brauch Flüssigkeit. Ich habe mich immer so ausgelaucht. War der Hammer. Egal. Platz 4, 5, 6. Das waren dann unsere Positionen. Dann habe ich auch noch vorbei. Das war jetzt immer so eine kleine Anlage. Dieter hat jetzt aktuell auch wieder eine 900 SS. Und ich habe ja meine auch. Gut, das zeige ich jetzt nochmal in dem Video so ganz kurz. Und nächsten Frühling, wenn es Röhnwetter gut ist, hast du gute Rack drauf? Natürlich. Okay, ich auch. Das einzige ist, meine Kombi passt dann nicht mehr. Er ist ein bisschen größer geworden im Laufe der Zeit. Aber meine passt noch. Gut. Wenn wir zu sagen, es ist schade, geben wir aber nur 85 Prozent. Natürlich. Also keine 100. Höchstens. Reicht ja. Schickt. Für den Rest schickt. Lückbärs haben die heute 200 vielleicht. Ja. Die haben aber doch viele Modus drin. Die haben doch alles Mögliche da drin. Ja. Haben wir ja nicht. Die 200 PS liegen halt auch nur bei 13.000 und Drehungen an. Meistens sind sie bei 6. Die du gar nicht. Die du gar nicht trennen lässig mit draußen. Ja, ich mache jetzt mal Schluss. Das schickt jetzt auch. Das war jetzt gut. Ihr habt es ja gesehen. Gestern Abend war mein Freund Dieter da. Ich habe hier noch mal so ein Bild. Er hat ja gestern auch Bilder gezeigt. Das bin ich übrigens mit meinem Apparat. So haben wir in die Ecke gelegen. Es war schon fantastisch. Hier gibt es auch noch mal eins. Da hatte ich auch noch Verkleidung drauf. Das war auch cool. Na gut. Racing live sage ich nur. Er hatte schon immer richtig Spaß. Das war schon echt cool. Ich hoffe, dass ihr wieder ein bisschen Spaß gehabt habt. Gut. Was soll ich sagen? Ich... Ah ja, genau. Ich mache wahrscheinlich im Sonntag... Lade ich noch einen Film hoch. Den habe ich immer gedreht. Samt Wendel auf dem Kaffeeräser dreht. Aber es geht nicht um Kaffeeräser. Es ist Rock'n'Roll. Und den tue ich wahrscheinlich am Sonntag hochladen. Wenn ihr Lust habt. Rock'n'Roll. Und dann ist es euch auch nicht langweilig. Ihr könnt ja tanzen dabei. Dann friert er auch nicht. Also alles klar. Schöne Woche. Und nächste Woche geht es logischerweise mit irgendeiner Form weiter. Bis dann.